Prosekn ist eine Gemeinde in Tschechien, sie liegt drei Kilometer nordwestlich von Hostinne und gehört zum Okrestrudnov. Geografie Das Waldhufendorf Prosekn erstreckt sich im Riesengebirgsvorland über fünf Kilometer vom Elbtal entlang des Unterlaufes der Malelabe, in die in der Ortsmitte der Suchi Potok einmündet. Nördlich erheben sich die Malasnetzka und der Zihatlo, östlich die Planenka, im Südosten der Seebestian, südlich des Lemenski-Kopek, im Westen die Sassowin, nordwestlich die Hurka und der Okrolik. Südlich des Dorfes verläuft die Bahnstrecke Velkiosek-Trutenhof, die Bahnstation Prosekn liegt am gegenüberliegenden Elbufa in Dobra-Müssel. Nachbarorte sind Fort und Lassene Fort im Norden, Terrasin im Nordosten, Arnoldowice im Osten, Linsky VLCH, Hostinne und Dobra-Müssel im Südosten, Klaster-Ska-Elhuta im Süden, Kuhn-Chi-Tchenat-Labem im Westen sowie Potheri, Malilanov und Dolnilanov im Nordwesten. Geschichte Das Dorf entstand vermutlich im 13. Jahrhundert. Die erste schriftliche Erwähnung von Prosetschen bzw. Prosetschna erfolgte 1437. Der Ortsname leitet sich von Prosikater. Im Jahre 1522 wurde der Ort als Prosetschni, 1578 als Provitz, 1597 als Proschwitz, 1615 als Prosetschnau und 1659 als Provitsch bezeichnet. Proschwitz-Poswitz bestand 1834 aus 102 Häusern, darunter einer Schule und einer Mühle, in denen 650 Menschen lebten. Fahrort war Arnau. Einen wesentlichen Nebenerwerb stellte die Heimweberei dar. Bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts blieb das Dorfe der Herrschaft Arnau untertänig. Nach der Aufhebung der Patrimonialherrschaften bildete Proschwitz-Poseken ab 1850 eine Gemeinde im Gerichtsbezirk Arnau bzw. im Bezirk Hohenebbe. Mit der aufkommenden Industrialisierung erlosch im 19. Jahrhundert die Heimweberei. Ein Teil der Bewohner verdiente sich seinen Lebensunterhalt durch Lohnarbeit in der örtlichen Flaxgarnspinnerei, andere in Arnau. Die Eisenbahn zwischen Pelzdorf und Trautnau entstand in den Jahren 1868 bis 1869 und nahm 1870 den Betrieb auf. Unterhalb des Dorfes entstand im Elbtal eine Bahnstation, zwischen 1898 und 1904 entstand im Ortszentrum eine Kirche. Im Jahre 1930 hatte die Gemeinde 907 Einwohner. 1939 waren es 933. Infolge des Münchner Abkommens wurde Proschwitz 1938 dem Deutschen Reich angeschlossen und gehörte bis 1945 zum Landkreis Hohenelbe. Nach dem Zweiten Weltkrieg kam der Ort zur Tschechoslowakei zurück und die deutsche Bevölkerung wurde vertrieben. Nach der Aufhebung des Ochris Vr Klabi wurde Prosäken mit Beginn des Jahres 1961 dem Ochris Trutenhof zugeordnet. In Prosäken besteht heute ein Neunloch-Golfplatz. Ortsgliederung Für die Gemeinde Prosäken sind keine Ortsteile ausgewiesen. Sehenswürdigkeiten Kirche der HL Elisabeth Neugotischer Bau errichtet 1898 bis 1904 Statue des HL Johannes von Nepomuk geschaffen 1802 Spätbarocke Nischenkapelle der Jungfrau Maria Spätbarocke Nischenkirche Spätbarocke Nischenkirche Spätbarocke Nischenkirche